Hallo Leute, herzlich willkommen! Auf die Nase von Reming. Heute spielen wir mal ein bisschen, wie ihr hier schon sehen könnt. Ich hab den Namen aber jetzt im Perfekt. Emergency Mithrons, also Liberty County. Und wir suchen direkt auch mal nach dem Zwei. Warte, wo bin ich denn gerade? Da will ich hin. Hallo! So, fahren wir einfach mal da hin und gucken, ob das jetzt funktioniert. Achso, ich sollte auch mal ein bisschen Sound anmachen. Damit ihr auch was hört. So. Okay, wir fahren jetzt einfach mal da hinten hin. Das ist doch keine Polizeiwache. Jail Police Department. Hier. Da muss ich gehen. Da muss ich drehen. Komm. Egal. Kurz. So. Okay, und jetzt kann ich da hinfahren. Endlich hab ich den Weg. Warum leckt dieses Spügel? Ich hab irgendwie noch so ein Kackauto. Keine Ahnung. Ich hab sogar einen Kofferraum. Ja, aber da ist nichts bedingt. Ich geh mir hier mal rein. Hey. Nein. Ich will ja Polizist werden. Der Hörraum. Seite groß. Ausgefunden. Ich denke. Hä? Kann man denn... Kann man denn Polizist werden? Ich hab's komplett vergessen. Das ist die Karte. Mafia. Mafia starten. Nee. Animation. Guck mal. So. Einstellungen. Spielvolumen. Ich schenke nicht, wo man rein muss. Irgendwie muss man doch jetzt mal drücken. Ach, hier. Oh, Junge. Sollen wir schlafen? Ne, Sheriff können wir mit dem Sheriff sein? Teamvolumen. Wir sind... 0,081. Das ist zu verkannt. Dann halt. 1,2,3,4. 1,2,3. So. Ah, jetzt geht's. Kann ich auch die hier nehmen? Kann ich auch die hier nehmen? Ja. Kann ich auch die hier nehmen? Kann ich auch die nehmen? Null. Spielpasse. Oder nicht? Nee. Nee. Okay, ich kann nur den nehmen. Ah, so. Okay. Habe ich Waffen? Ja, ne. Hier. M-D-T. M-D-T. Auf der Karte anzeigen. Okay. Wir gucken erstmal alles, wie das hier funktioniert. So. Ähm. Ja. Wir haben ja nur den hier. Hallo. Steigen Sie in mein... Also. Ähm. Warte. Links. hier. Hallo. Wie geht denn die Tür on? Ach hier. So. Ähm. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Wohin? Wohin? Wo bin ich denn? Wohin? Ach hier bin ich. So. Das ist ein Hals. Ich muss jetzt hier lang. Okay. Jetzt muss ich hier rechts. Okay. Ich bin sauer. Okay. Das ist der... Ja. Der will mich abschießen. Ah. Junge. Warum kann ich den jetzt nicht mehr nehmen? Ach, ich habe keine Munition mehr. Junge, wie wenig Munition hat denn meine Waffe gehabt? Ich kann den aber auch nicht festnehmen. Du hast die Möglichkeit, jetzt zu respawnen oder zu bleiben und zu waren bei... Weespawn. Ich habe keinen Bock, jetzt hier 100 Millionen Jahre zu liegen. Na gut, Leute. Das ging dann schnell. Wie viel habe ich hier? Wie viel habe ich hier? Oh. Okay. Mir fehlen irgendwie was. Okay. Mir fehlen irgendwie was. Der Junge, da ist, ob ich mir den hier holen kann. Also der ist gelockt. Also der ist gelockt. Kann ich den auch kaufen? Nur Rang. Ach so, ich bin noch nicht der Rang. Ah. Ah. Hast du meins? Ah. Hast du meins? gut. Ich sehe. Das ist gratis. Das geht auch nicht. Das geht auch nicht. Ne, ich komme heute gar nicht. Na, dann verlassen wir einmal die Garage wieder. Okay. Und spawnen mal. Spawnen. Ja, die spawnen. 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 Dann gucken wir mal. Meistgesuchte Anzeigen. Feuer auf Officer. 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 Mord. Letzter bekannter Ort. Feuerwehr. Äh. Straftat ist da durchs Leben. Okay. Da kann man die suchen. Aktive Anrufe. Äh. Ich bin gerade. Ich bin gerade. Da. Da. Okay. Ich muss da. Warte mal. Irgendeiner braucht gerade ein Backup, aber ich bin zu dumm um zu helfen gerade. Weiß ich. Ich glaube ich bin falsch gefahren. Ah Mist. Ein bisschen Angst. Und jetzt einfach nur geradeaus. Okay. Ich bin geradeausch. Oh. Ich bin geradeausch. Ich bin geradeausch. Ich bin geradeausch. Oh. Oh. Vögel. Oh. Aber hier ist, glaube ich, keiner mehr. Nee, sonst wäre ja hier auch ein Auto. Oh, ich habe Geld bekommen. Okay. Ich kann mir das ja erstmal ausschalten. Ach so, nee, wir können ja auch mal aufs MDI-Druck kümmern. Die meisten so sprachiges. Nee. Gehen wir mal da hin. Hallo, fahr doch. Da hinten hin. Ja, ich muss jetzt einmal komplett nach hier unten fahren. Egal, ich fahr jetzt einfach so, wie ich zu den Ausrufezeiten komme. Schaffe ich schon. So, ich fahr hier mal rechts ein. Ach, Junge. Nein, ich fahr. Was ist denn hier los? Also Leute, ich kann nichts dafür, dass das Spiel ultra leckt. Also es leckt ultra, das Spiel. Okay. Hä, wo soll ich denn jetzt fliegen? So, den habe ich gekriegt. Das war gerade der, der mir entgegen kam. Der Kreckdinger. Nichts riecht zum Juwelier. Junge. Der Kreck. Der Kreck. So, dann muss ich mal gucken. Hm. Hier. Da. Das ist jetzt neu. Warum habe ich denn hier immer noch 2? Ich weiß, ich hätte da hoffen müssen. Ey Leute, das Spiel ist so verwirrend. Ich weiß gar nicht wo man hinfallen muss ey. So, hier. Okay. Okay. Dann. 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 Okay, nice Mein erster Einsatz, den ich geschafft habe Junge Leute, mein allererster Einsatz Okay Leute, ich würde aber auch sagen, das war es Also schon mit dem Video, wenn es euch gefallen hat Ich hoffe, es hat euch gefallen Lasst gerne ein Like, ein Abo und ein Kommentar da Schaut gerne auf meinem Discord selber vorbei Und sowie auch noch auf Instagram und sowas Schaut einfach mal in die Beschreibung Habt noch einen traumhaften Tag Haut rein Leute, euer Sando Ciao, ciao